Auf dem Territorium der NATO-Staaten leben 10 Prozent der Weltbevölkerung. Aber die NATO-Staaten kontrollieren aktuell schon 60 Prozent der globalen Militärausgaben. 60 Prozent, mehr als die Hälfte. Zwölfmal so viel übrigens wie Russland, das jetzt auch aufrüstet, das ja Krieg führt und das jetzt eine Kriegswirtschaft hat. Und trotzdem haben wir immer noch in der NATO zwölfmal so viel Militärausgaben. Und da wollen sie uns weismachen, dass wir noch mehr aufrüsten müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Was glauben die, wie blöd wir sind? Wir lassen uns doch nicht für blöd verkaufen. Wir brauchen das Geld für Schulen, Krankenhäuser und unsere Leben und nicht für den Tod und für Waffen. Wir müssen noch mehr werden, als wir sind. Wir müssen stark werden. Wir müssen eine ganz laute Stimme haben. Und wir müssen diese verdammten Raketen verhindern, die wirklich unser Land in die Ziellinie russischer Atomraketen bringen. Lasst uns das gemeinsam anpacken. Nein zu den US-Raketenplänen. Nein zu Kriegen und für Verhandlungen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Applaus Applaus